Unser digitaler Adventskalender. Heute sind wir bereits im Weinkontor und öffnen eine Schiebetür. Hallo. Hallo. Was haben wir denn da? Eine Kamera, die mal rausfinden möchte, was sie eigentlich hier im Betrieb so machen. Ich stelle mich mal kurz vor, ich bin einer der Neuen, der Daniel Zurgibel, komme aus Mainz und mache bei uns im Weingut nicht immer Suppe, sondern eher den Vertrieb, die Kundenbetreuung, den Verkauf und bin dementsprechend normalerweise im Büro oder eben vorne im Weinkontor zu finden. Ich komme ursprünglich aus der Geografie und werde oft gefragt, was das mit Wein eigentlich so zu tun hat und ich sage immer gern einfach und kurz alles. Das hat den Hintergrund, dass das Thema Wein einfach ganz viele geografische Faktoren und Themen beinhaltet und ich würde mir sehr wünschen, wenn auch in der Geografie mehr Weinbegeisterte wären. Das ist noch sehr bierlastig, wie ich finde. Und ja, gerade vor dem Hintergrund, dass geografische Herkunft und Terroir eine immer größere Rolle, auch in Deutschland bei den Weinen spielen, ist die Verbindung da einfach sehr offensichtlich. Und gerade in der Geografie würde ich mir für meinen alten Fachbereich dann wünschen, dass das immer mehr berücksichtigt wird. Und es wäre dann auch Genuss und Trinkfreude im Auftrag der Forschung. Vielen Dank, Herr Zergiebel. Haben Sie denn auch einen heutigen Lieblingswein? Ja, das wäre die Scheurebe. Einfach, weil es ein sehr geselliger Wein ist, ist eher mal ein unkomplizierter Wein, hat nicht zu viel Säure wie der Riesling, kommt daher ganz gut breit an und ist noch ein richtig schöner Fest, also Partywein, doch jetzt zum Genießen für viele Anlässe. Genau. Vielen Dank, Herr Zergiebel. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.